Im heutigen Video geht es um eine weitere Option, die ab Werk bestellen werden kann, das DGC, Digital Gas Control, zu deutsch digitales Gasregelventil. Mit diesem digitalen Gasregelventil können wir die Gasmenge immer exakt einstellen. Da es digital ist, können wir den Wert am Display digital ablesen und vermeiden somit Ablesefehler, die man sonst zum Beispiel bei einer Anzeigeuhr oder einem Messröhrchen hat. Unser digitales Gasregelventil hat nicht nur eine Funktion wie zum Beispiel das Öffnen und das Schließen bzw. das Mindern von Druck, sondern bietet auch sehr viele weitere vorteilhafte Funktion. Die Vermeidung von Schweißfehlern durch zu viel oder zu wenig Gas. Keine Verwirbelung beim Zünden durch sanftes Öffnen des Gasventils. Das digitale Gasregelventil kennt das spezifische Gewicht des Gases und kann somit immer die exakte Menge einstellen. Hundertprozentige Reproduzierbarkeit durch Abspeicherung im Job. Besonders vorteilhaft bei langen Schlauchpaketen wie im Schiffsbau durch direkte Einstellungen am Drahtvorschub. Anzeige im X-Net und somit wird die exakt verbrauchte Gasmenge messbar. Der angezeigte Wert im Display ist der echte Gasdurchfluss. Sobald die eingestellte Gasmenge die Toleranz über- oder unterschreitet, wird sofort der Schweißprozess eingestellt. Wie ihr seht, kann das digitale Gasregelventil nicht nur die Gasmenge regulieren, sondern es hat auch weitere nützliche und hilfreiche Funktionen. Wollt ihr weitere Informationen zu Titan X-Cube Pulse wissen, klickt auf diese Playlist.